Das war vom Sebi, aber naja, geht so. Der war gut, der ist auch gut. Können wir wieder frei, jawohl. Der Näht ist zu eng, der Näht ist eigentlich frei. Immer noch frei, jawohl. Fangen tut er gut. Ja, so weit kommt er nicht. Habt du da Zeit? Dann muss er ihn aber fangen. Er ist auch nicht frei. Er denkt immer, er ist frei, aber er ist nicht frei. Schauen wir mal. Ja, gut gefangen. Der ist auch gut. Ich kann nicht. Okay, dann mach ich mal Pause. Also weiter geht's. Weiter geht's. Okay, geht doch. Eigentlich heißt es 3-2-1, das geht nicht. Na ja. So, ein Angebot brauchen wir. Der Langes kommt da. Aber der war ein bisschen verworfen vom Rang. So, die Nasrin wäre frei. Was macht er denn, der David? Da sind wir auch nicht. Aber jetzt ist Schluss, oder? Ja.